Der alte Knauser da, der dämmt sich sein ganzes Haus ein. Dabei bist du doch eh schon total isoliert. Aber da muss ich mal so richtig schön einigeln. Wenn mir kalt wird, dann mach ich mir ein paar warme Gedanken. Oder hier, Sport! Wenn der Körper aus Stahl ist, dann kann das Haus ruhig aus Pappe sein. Irgendwann kommt jeder drauf. Alles zum Thema Wärmedämmung und wie Sie richtig Heizkosten sparen.